Das Schlafzimmer ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Damit das auch so bleibt, helfen raffinierte Stauraumlösungen dabei, Ordnung zu halten und jeden freien Raum optimal zu nutzen. Und Stauraum bieten nicht nur Schränke. Auch in Betten und Beimöbeln versteckt sich viel Platz zum Verstauen. Wir zeigen clevere Stauraumideen für Ihr Schlafzimmer im Überblick. Wenn es um Stauraum geht, sind Schränke noch immer die Klassiker im Schlafzimmer. Die große Schrankauswahl von XXXL bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und Ausstattungsvariationen für jeden Bedarf. Spezielle Einlegeböden sorgen dafür, dass Ihre Kleidung jederzeit knitterfrei und griffbereit ist. Kleine und große Schubladen bieten variablen Stauraum und ausziehbare Körbe verschaffen Ihnen mehr Überblick im Kleiderschrank. Mit individuellen Ladeneinsätzen werden auch Accessoires wie Schmuck und Krawatten optimal verstaut. In den Schrank integrierte Auszüge wie Hosenhalter, praktische Kleiderlifte, ausziehbare Ablageflächen oder Schuhablagen ermöglichen einfachen Zugriff und nutzen jeden Zentimeter im Kleiderschrank. Wer nach individuellen Stauraumlösungen sucht, hat bei einem Planungsschrank maximale Gestaltungsfreiheit und bei einem begehbaren Kleiderschrank die Möglichkeit, den Schlafbereich vom Schrank zu separieren. Aber auch Betten bieten überraschend viel Stauraum. Neben der klassischen Bettlade oder einem hochklappbaren Bettkasten findet sich auch im ausklappbaren Kopfteil, in einer integrierten oder freistehenden Bettbank und dem Nachtkästchen viel Platz zum Verstauen. Für die ideale Stauraumergänzung im Schlafzimmer sorgen geräumige Beimöbel. Die klassische Kommode in den verschiedensten Varianten bietet nicht nur ausreichend Platz, sondern auch eine praktische Ablagefläche, während ein moderner Schminktisch Frauenherzen höher schlagen lässt. Make-up, Haarspangen und Schmuck lassen sich darin überaus elegant und vor allem griffbereit direkt beim Spiegel verstauen. Wofür Sie sich auch entscheiden, mit den passenden Möbeln nutzen Sie das Stauraumpotenzial Ihres Schlafzimmers voll aus und schaffen so mehr Platz für Entspannung. Für mehr Informationen steht Ihnen das XXXL-Team gerne zur Verfügung.